Als es Abend wurde, kam Jesus mit den zwölf. Während sie nun bei Tisch waren und aßen, sagte er, Amen, ich sage euch. Einer von euch wird mich verraten und ausliefern, einer von denen, die zusammen mit mir essen. Da wurden sie traurig und einer nach dem anderen fragte ihn, doch nicht etwa ich. Er sagte zu ihnen, einer von euch zwölf, der mit mir aus derselben Schüssel ist. Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt, doch wehe dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre. Während des Mahls nahm er das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es ihnen und sagte, nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, reichte ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Sie kamen zu einem Grundstück, das Gethsemane heißt. Und er sagte zu seinen Jüngern, setzt euch und wartet hier, während ich bete. Und er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Da ergriff ihn Furcht und Angst. Und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht. Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf die Erde nieder und betete, dass die Stunde, wenn möglich, an ihm vorübergehe. Er sprach, Abba, Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Und er ging zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus, Simon, du schläfst? Konntest du nicht einmal eine Stunde wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder weg und betete mit den gleichen Worten. Als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend. Denn die Augen waren ihnen zugefallen. Und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sagte zu ihnen, Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn den Sündern ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Seht, der Verräter, der mich ausliefert, ist da. Noch während Jesus redete, kam Judas, einer der zwölf mit einer Schar von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Der Verräter hatte mit ihnen ein Zeichen vereinbart und gesagt, der, den ich küssen werde, der ist es. Und als er kam, ging er sogleich auf Jesus zu und sagte, Rabbi. Und er küßte ihn. Da ergriffen sie ihn und nahmen ihn fest. Einer von denen, die dabei standen, zog das Schwert, schlug auf den Diener des hohen Priesters ein und hieb ihm ein Ohr ab. Da sagte Jesus zu ihnen, Wie gegen einen Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüppeln ausgezogen, um mich festzunehmen. Tag für Tag war ich bei euch im Tempel und lehrte und ihr habt mich nicht verhaftet. Aber das ist geschehen, damit die Schrift in Erfüllung geht. Gleich in der Frühe fassten die hohen Priester, die Ältesten und die Schriftgelehrten, also der ganze hohe Rat, über Jesus einen Beschluss. Sie ließen ihn fesseln und abführen und lieferten ihn Pilatus aus. Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Er antwortete ihm, du sagst es. Die hohen Priester brachten viele Anklagen gegen ihn vor. Da wandte sich Pilatus wieder an ihn und fragte, Willst du dir nichts dazu sagen? Sieh doch, wie viele Anklagen sie gegen dich vorbringen. Jesus aber gab keine Antwort mehr, sodass Pilatus sich wunderte. Jeweils zum Fest ließ Pilatus einen Gefangenen frei, den sie sich ausbitten durften. Damals saß gerade ein Mann namens Barabbas im Gefängnis, zusammen mit anderen Aufrührern, die bei einem Aufstand einen Mord begangen hatten. Die Volksmenge zog zu Pilatus hinauf und bat, ihnen die gleiche Gunst zu gewähren wie sonst. Pilatus fragte sie, wollt ihr, dass ich den König der Juden freilasse? Er merkte nämlich, dass die hohen Priester nur aus Neid Jesus an ihn ausgeliefert hatten. Die hohen Priester aber wiegelten die Menge auf, lieber die Freilassung des Barabbas zuvor. Pilatus wandte sich von Neuem an sie und fragte, was soll ich dann mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt? Da schrien sie, kreuzige ihm. Pilatus entgegnete, was hat er denn für ein Verbrechen begangen? Sie schrien noch lauter, kreuzige ihm. Darauf ließ Pilatus, um die Menge zufriedenzustellen, Barabbas frei und gab den Befehl, Jesus zu geißeln und zu kreuzigen. Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Einen Mann, der gerade vom Feld kam, Simon von Cyrene, den Vater des Alexander und des Rufus, zwangen sie, sein Kreuz zu tragen. Und sie brachten Jesus an einen Ort namens Golgotha, das heißt übersetzt Schädelhöhe. Dort reichten sie ihm Wein, der mit Mürre gewürzt war, er aber nahm ihn nicht. Dann kreuzigten sie ihn. Sie warfen das los und verteilten seine Kleider unter sich und gaben jeden, was ihm zufiel. Es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und eine Aufschrift auf einer Tafel gab seine Schuld an, der König der Juden. Zusammen mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, den einen rechts von ihm, den anderen links. Als die sechste Stunde kam, brach über das ganze Land eine Finsternis herein. Sie dauerte bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, lemma sabachthani, das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann hauchte er den Geist aus. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Als der Hauptmann, der Jesus gegenüber stand, ihn auf diese Weise sterben sah, sagte er, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander, wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war. Er war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand begleitet war. Da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen, erschreckt nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten? Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern, vor allem Petrus, er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr hinsehen, wie er es euch gesagt hat. Und jetzt sind wir mit dem Knife, und dann über Eingang des Grabes wegwälzen. Walten bis zum Hohen. Und dann geht euch mit dem Knife. Vielen Dank.